damit ein herzliches willkommen zu einem neuen csgo video und der alix der moditz und ich wir haben uns überlegt einfach mal die koop mission scare auszuprobieren und ich hoffe ihr habt viel spaß uns dabei zuzusehen was da rein gehen was da rein ich hab ein bild verheizt gesehen okay jetzt lass mal da stand wir sollen nach nummern suchen ja aber hier ist keine nummer da bleibt da hinten im raum tschüss ich hab's gekriegt ich hab's nicht rein durch den nächsten rom hallo jamsgärten wieder rein gehen ich bin ein schocker abfliegen schön jeff the killer ich brauche dich da rein nimm ab Ja, ich raff den. Ne, mach einfach Roman nimm. Eigentlich muss Roman nicht aus dem Kampf kriegen. Hey, da war der nicht grad rechts. Irgendwo muss doch ne Nummer sein. Ne, nur mich. Ich bin die Nummer 1. Oh, war der cool, ey. Ich hab nicht nach oben geschaut, haha. Dieiii. Bisschen Blut und so. Alter, es gibt's hier wieder 50 Leute, die den Job nicht ramten. Ja, ok. Klasse. Krieg's aber nicht, wenn du da bist. Komm schon wieder zurück. Gehen. Hä? Kommt noch ein shortcut. Du musst doch irgendwas gehen. Ich glaub ich weiß wo lang. Achso, klar. Hä? Hä? Ah, läuft. Ok. Äh, nach rechts, oder? Ne. Weiß Nazis, äh. Du hast noch eine wohnbare Wand. Hä, warum kommt bei mir mit die scheiß Jumpscares? Wo ist denn gar nichts? Die ist noch ne Wand. Da ist ne Tür. Komm mal hoch. Da ist... Vielleicht irgendwas... ...nicht... ...deckt drin worden. Oh. Oh. Oh, Roman. Nicht hier rein. Ne, ich geb zuerst. Ja. Alter, ich bin so froh, dass ich den Sound nicht auf volle Lautstärke hab. Hä? Hier war nicht vor allem. Ich glaub wir müssen wieder runter. Alex. Alex. Hä? Warst du hier links in der Tür schon drin? Hä? Sag mal, geh die Tür auf. Komm. Alex, jetzt du. Die wir gehen grad nicht auf. Wir haben auch einen Schlüssel aufgesammelt. In dem Raum. Gibt's hier auch einen Schlüssel oder so? Tch. Ja, das war reingestecht. Boah, ich hab mich gewürtet. Alter. Komplett blind eigentlich. Helm, hast du den Schlüssel gesehen? Der lag. Hier. Lol. Ich bin nach vorne. Hallo? Ich dachte gar nicht, ich back in der Tür fest. Lass mal Alex vorgehen. Ja, ich hab... Lol. Oh, Alex. Guck mal, das war aber ne wilde Nacht hier. Halt, oder? Der kommt mir irgendwo bekannt vor. Find the Numbers. Ja, toll. Ich hab eine Eins. Ich hab gesagt, ich bin die Nummer Eins. Wo hast du ne Nummer? Die war ja hier. Ah, du musst eh drücken. Ach, die hast du aufgehoben. Ey, kommt zumal zu den Särken und drückt E. Ah, das... Das geht nix ab, Frank. Hm? Kann man sich aus dem Map packen? Hier oben muss ich wieder hin. Alter, Mann! Wo seid ihr? Ach, komm. Warum krieg ich aber die scheiß Jumps erst ins Gesicht? Guck mal nach oben. Guck mal nach oben, Alex. Ja, Bruder. Ey, lass Alex lieber nicht die Moves machen. Der fällt eh wieder runter. Deine Nummer? Ja, hier war ne 3. Also 13 haben wir dann. Wow. Passt doch gar nicht zu ner Scare Map. 13. Lol. Ja, das ist das wahre. Alter, ich... Ich kann keine... So, wir sind vor der Exit. Good job. Hä? Ich meine gute Map. Ich... 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 Ich war kurz. Ich, ich... jetzt kann das...